Ja. Spielt sie da noch mit dir? Nein. Und so verbringt Diana den Nachmittag alleine, wie so oft. Die 7-Jährige ist in ihrer Entwicklung zurückgeblieben, besucht eine Förderschule. Vor ein paar Wochen hat Mandy sie im Suff sogar einfach auf dem Spielplatz vergessen. Es wurde Abend, eine Nachbarin rief die Polizei. Und wohin hat die Polizei dich gebracht? Erst waren wir noch bei der Polizeistelle. Und dann? Ich hab noch mit einer Frau geredet. Und danach Kindernotdienst. Wie war es beim Kindernotdienst? Das war nicht gut. Meine Mutter war weg. Dieser Vorfall bringt das Jugendamt endgültig gegen Dianas Mutter auf. Sie war dort wegen ihrer Alkoholsucht schon öfter negativ aufgefallen. Nun droht man ihr ganz offen mit dem Entzug des Sorgerechts. Die Bewährungserwerin hat mir knallhart gesagt, Frau Krasst, so hart wie es klingt, die wollen Ihnen das Kind wegnehmen. Was würde das für Sie bedeuten? Das wäre für mich der Untergang. Abends dann, wie so oft, Mandys totaler Absturz. Betrunken, wie sie ist, radelt sie los, um Nachschub zu holen. Kaum hat sie den Kiosk verlassen, greift sie erstmal in die Tüte. Sie halten das nicht aus bis zu Hause? Nein, überhaupt. Ich schaffe das nicht. Das ist einfach, dann kommt wieder diese, ich weiß nicht, diese Gier. Einfach bis nach Hause ist mir dann wieder zu lang. Und ich brauche einfach diesen Geschmack. Drei Uhr morgens, während Diana auf dem Sofa schläft, ist ihre Mutter bei Flasche Nummer 20 angelangt. Empfinden Sie Ihr Leben das verpuscht? Ja, im Moment schon. Sehr. Weil ich habe auch Angst davor, dass meine Tochter sagt irgendwann, sie weiß das, sie vergisst das nicht und sagt, Mama, du hast ja immer gesessen, hast getrunken, hast nicht richtig auf mich aufgepasst. Also, er macht mir Vorwürfe so. Ich glaube, darauf würde ich auch nicht klarkommen. Zwei Wochen später. Mandy hat endlich einen Entzug bewilligt bekommen. Diana wird für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie leben. Viktoria Czernay holt das Kind ab. Die psychosoziale Betreuerin hilft Mandy seit acht Jahren, ihr Leben zu organisieren. Und sie hat mit dafür gekämpft, dass ihr das Sorgerecht für Diana nicht entzogen wurde. Sollte Mandy die anstehende Therapie allerdings abbrechen, könnte auch Viktoria Czernay nichts mehr für sie tun. Wenn du das jetzt nicht nutzt, Mandy, dann kommt Diana nicht wieder. Hast du das verstanden? Die kommt nicht wieder zu dir zurück, wenn du das nicht schaffst. Okay? Mandy will nicht mit zur Pflegefamilie. Sie würde es nicht aushalten zu sehen, wie Diana der Mama auf Zeit übergeben wird. Doch bei aller Trauer ist ihr klar, dass es so weit kam, hat sie selbst zu verantworten. Das tut mir so weh, weil das hätte alles nicht sein brauchen, wenn ich das nicht gemacht hätte mit dem Alkohol. Und sie wäre nie weggekommen. Das ist eigentlich nur meine Schuld. Die Schuldgefühle kommen jetzt hoch. Noch zwei Stunden bis zum Entzug. Mandy entstand selbst einer Alkoholikerfamilie. Ihr Vater trank, ebenso ihr Großvater. In ihrer Kindheit wird sie geschlagen und vernachlässigt. Mit 15 raucht sie ihren ersten Joint. Mit 16 ist sie heroinabhängig. Als sie 2002 schwanger wird, schafft sie es vom Heroin wegzukommen. Seither lebt sie mit der Ersatzdroge Methadon und dem täglichen Suff. Mit beidem soll jetzt Schluss sein. Ohne meine Tochter, ich würde das gar nicht schaffen, alles. Ich würde keine Therapie machen, ich würde nicht aufhören mit Trinken. Ohne meine Tochter hätte das Leben also keinen Sinn für mich. Viktoria Czarnay bringt sie zur DRK-Entzugsklinik im Berliner Wedding. Ich habe richtig Angst, auch so allein zu sein. Ich habe Angst vorm Alleinsein. Als das Auto auf den Krankenhausparkplatz biegt, packt die 31-Jährige die Panik. Sie läuft einfach weg. Fünf Minuten später taucht Mandy wieder auf. Eine neue Flasche Bier in der Hand. Ich trinke einfach nur noch einen letzten Schluck und ich weiß es nicht. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich hätte nie gedacht, dass er so einen Schluck gehabt hat. Ich mache noch einen kleinen Schluck. Komm, Mandy. Es geht nicht an. Es gibt keins zurück. Oberarzt Thomas Reuter macht die neue Patientin vertraut mit der strikten Hausordnung auf der Entzugsstation. Sollte sie nur einen einzigen Tropfen Alkohol trinken, muss sie sofort ihre Koffer packen. Sie sind kaputt jetzt. Ja, klar. Es ist jetzt viel Anspannung gewesen. Was den Erfolg des Entzugs angeht, nimmt der Arzt der 31-Jährigen jede Illusion. Es wäre ein kleines Wunder, wenn Mandy es schaffen würde. Denn durchschnittlich gelingt es einem Alkoholiker, erst nach dem siebten Entzug trocken zu bleiben. Das ist ja die landläufige Wahrnehmung, dass man sagt, Arzt sind die, die sind aber nicht stark. Ich sehe das eher andersherum und möchte da einfach mal zu Bedenken geben, dass das eigentlich nur ein Ausdruck für die Macht der Abhängigkeit ist. Welche Gewalttätigkeit ein Suchtmittel hat, zu was es in der Lage ist, Menschen zu treiben. Die entscheidenden Wochen ihres Lebens stehen Mandy bevor. Sie führt ein Videotagebuch. Ich habe gestern Abend so eine Bauchkrempe gehabt. Erst war ich aggressiv, dann habe ich total auf einmal angefangen mit Heulen. Dann hatte ich voll die Abbruchgedanken, weil ich hätte einfach losgehen können, mir einfach meine Birne zugicken können. Tag 15. Der schrecklichste Tag während des Entzugs. Es ist Mandys 32. Geburtstag. Noch nicht einmal Diana darf sie besuchen. Ihre Tochter lebt für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie und fühlt sich dort, wie Mandy gehört hat, pudelwohl. Ich habe sie auch nur betrunken mitgekriegt. Mir macht das richtig Angst, dass sie sagt, sie will nicht mehr zu mir. Mandy lebt nun seit mehr als zwei Wochen ohne Alkohol. Und seit 24 Stunden auch ohne den Heroinersatz Methadon. Der doppelte Entzug hat heftige Auswirkungen. Mandy schläft kaum, ihr Kreislauf spielt verrückt. Die letzten drei Tage waren für mich total qualvoll. So heftig, dass ich kurz davor war abzubrechen. Und ich hatte so Schmerzen in die Beine, in die Arme und so eine Krämpfe und Krippeln, dass ich das fast nicht mehr aushalten konnte. Doch Mandy hält durch. Nach 21 Tagen wird sie entlassen. Ich habe es geschafft. Und darauf sind Sie stolz? Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich auch, jetzt kann ich meinen Kopf auch höher heben, brauche mich nicht mehr zu schämen. Draußen wartet der Grund für ihr Durchhaltevermögen. Diana trifft auf eine stolze Mama. Und auf eine, die nicht mehr nach Alkohol stinkt. Die nächste Station auf dem Weg in ein neues Leben. Das Mutter-Kind-Therapie-Zentrum Tannenhof im Süden Berlins. Hier soll Mandy lernen, auf Dauer ohne Alkohol auszukommen. Und Diana eine gute Mutter zu sein. Was willst du schaffen? Mein Bauchgefühl, kann ich jetzt sagen, sagt ja. Ich weiß aber, dass es noch viele Hürden gibt. Heike Zschoppe, die Familientherapeutin, weist Mandy in die strengen Regeln hier ein. Pflichtbesuche beim Therapeuten, ein fester Tagesablauf. Das Gelände darf sie nur stundenweise und in Begleitung verlassen. Die ersten zwei Wochen ist ihr sogar jeder Kontakt nach außen verboten. So Mandy, jetzt kommt sozusagen noch der Akt, dass Sie mir Ihr Handy übergeben. Fällt mir schwer. Super. Im Moment ist es alles so viel für mich, als ob ich, ich habe das Gefühl, dass das so viel ist, dass ich das gar nicht schaffe alles. Und 19 Wochen nicht draußen sein, alleine, wird auch schwer sein. Ein halbes Jahr später. Mandy ist kaum wiederzuerkennen. Sie hat sich an geregelte Tagesabläufe gewöhnt und arbeitet regelmäßig im Kinderhaus der Einrichtung. Noch erstaunlicher die Wandlung, die Diana durchgemacht hat. Weil Mandy sich nun um sie kümmert, ist aus dem oft aggressiven Kind mit Lerndefiziten ein wissbegieriges, waches Mädchen geworden. Obst. Ofen. Du kannst das ja besser wie ich. Gut. Immer vergessen den Punkt. Und auch ihre verschlossene Art hat die Siebenjährige abgelegt. Sie fühlt sich wohl unter den anderen Kindern. Sie hat sich gut entwickelt, sowohl in ihrer sprachlichen Entwicklung hat sie große Fortschritte gemacht, als auch in ihrem Selbstbewusstsein. Und die schulischen Leistungen jetzt? Die haben sich verbessert und die Lehrerin hat uns zurückgemeldet, dass die Anna an vielen Stellen sogar unterfordert ist. Vor zwei Wochen dann der Auszug aus dem Tannenhof. Mandy gilt als therapiert. So sehr sich die beiden darauf freuen, in den Alltag entlassen zu werden, Mandy weiß, der ganz große Kampf steht ihr noch bevor. Jetzt fängt es eigentlich erst mal richtig an, die Realität draußen. Dort wird man überall mit Alkohol konfrontiert und jetzt ist eigentlich das Kämpfen noch größer wie hier. Ich habe totale Zukunftsängste, aber ich bin schon mal froh, dass ich das hier geschafft habe. Und so gönnt die 32-Jährige sich und Diana erst einmal ein paar unbeschwerte Stunden auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz. Um Energie zu tanken für das neue, aufregende, aber gefährliche Leben, das nun auf sie zukommt. Wie aufregend und gefährlich ist denn das Leben im Moment für Sie? Also ich kämpfe jeden Tag aufs Neue und sage mir immer, also ich schaue noch nicht so weit voraus. Ich sage mir jeden Tag nur für heute kein Alkohol und das klappt ganz gut. Was sind so die schlimmsten Momente? Ja, im Moment leide ich halt auch an Depressionen und ich bin halt viel zu Hause, um halt keinen falschen Weg wieder einzuschlagen, weil ich einfach Angst davor habe. Sie haben lange nicht gemerkt, dass sie so viel getrunken hat, weil sie es ganz gut verheimlicht hat? Das ging ganz gut. Mandy hat ja auch zwischendurch gearbeitet und hat also wirklich auch in der Arztpraxis, wo sie gewesen ist, trotz Alkoholtest und Kontrollen, es immer geschafft, 0-0 zu pusten. Das ist lange verheimlicht worden und irgendwann gab es also auch wieder eine Krise, die ja auch immer normal in der ganzen Betreuungszeit in diesem Verlauf ist. Und da kam es nochmal richtig zur Sprache und dann wurde es auch thematisiert. Es gilt weiter ein Rückfall und das Kind ist weg? Im Moment gilt es so, dass das Jugendamt natürlich immer noch stark an der Seite ist und ob das Kind wirklich sofort weggenommen wird, wenn es einen Rückfall gibt. Das kann ich so nicht sagen, aber es wird eine Familienhilfe eingesetzt, es wird also noch eine starke Betreuung weiterhin geben, die notwendig ist für Mutter und Tochter. Und insofern sehe ich da ganz gute Chancen. Herr Kuhlmann, als Suchtexperte, was passiert mit dem Körper, wenn ihm der Alkohol plötzlich entzogen wird? Das Problem ist, der Körper gewöhnt sich an den Alkohol, reagiert darauf und Baschischfaser sind sie am Anfang vielleicht etwas entspannt, dann fühlen sie sich ein bisschen fitter, der Stress lässt nach, es wirkt sich auch auf den Kreislauf aus. Und das innere Gleichgewicht im Körper, das stellt sich neu ein, das gewöhnt sich daran, dass sie ein bisschen Alkohol trinken. Wenn dir dann von heute auf morgen abgesetzt wird, dann kippt das Gleichgewicht sozusagen auf die andere Seite und sie spüren nächtliche Schweißausbrüche. Das kann so weit gehen, dass es zu epileptischen Anfällen kommt, zu massiver Unruhe, zu halten dagegen Schlafstörungen. Das heißt, sie müssen sich sowohl körperlich als auch seelisch wieder völlig neu orientieren und das ist eine sehr schwierige Phase. Und je nachdem, wie viel sie getrunken haben, ist das auch ausgesprochen schwierig, das ohne Hilfe hinzukriegen. Ist so ein Druck vom Jugendamt, dass man sagt, wenn sie nochmal trinken, dann müssen wir ihnen das Kind wegnehmen. Halten Sie denn für so eine Therapie für hilfreich oder eher kontraproduktiv? Wir machen die Erfahrung, wir arbeiten viel mit dem Jugendamt zusammen, weil wir sowohl im Bereich der Ambulanz, als auch im Entzug, als auch in der Langzeittherapie viele Menschen haben, die in ihrer Lebenssituation sind. Und grundsätzlich muss ich sagen, erlebe ich die Zusammenarbeit beim Jugendamt als sehr hilfreich, auch für die Betroffenen. In Einzelfällen ist es natürlich auch eine schwierige Zusammenarbeit. Ist die Drucksituation gut oder eher nicht gut? Ich möchte es mal so sagen, wichtig ist die Unterstützung, also die Möglichkeiten, ihre Ressourcen, ihre Interessen, ihre Sehnsüchte zu fördern und auch ihre Fähigkeiten zu fördern, sich auf das Kind einzulassen. Das setzt aber voraus, dass sie selber einigermaßen stabil sind, um dem Kind auch Stabilität geben zu können. Und das wiederum setzt voraus, dass sie sich auf Hilfe einlassen können. Das bedarf auch bestimmter Grenzen. Insofern geht es immer um die richtige Mischung zwischen, ich sage es mal, Druck und Hilfe. Also wenn Druck, ich würde lieber von Grenzen sprechen, wenn die so, sag ich mal, definiert werden, dass sie sowohl ihnen gerecht werden, als auch dem Kind gerecht werden, dann ist es sehr hilfreich. Also, dass sie nicht überfordert wird. Jetzt hat sich ja ihre Tochter zum Positiven verändert. Man sagt natürlich so, ein Kind gehört zur Mutter. Andererseits ahnt man, dass es unter Umständen für die Kleine bei so Pflegeeltern auch eine gute Lösung sein kann. Denken Sie oder haben Sie manchmal so Gedanken, auch wenn Ihnen die wehtun, dass sich Ihre Tochter unter Umständen woanders besser entwickeln könnte? Also, ich sage mir immer, ein Kind gehört zur Mutter. Und es ist schwer, aber ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, dass sie bei Pflegeeltern... Das können Sie sich für sich nicht vorstellen, aber dass es unter Umständen für das Kind besser sein könnte, wenn Sie Ihr Leben nicht in den Griff kriegen sollten? Ja, dann wäre es natürlich die beste Lösung für Sie, dass sie normal aufwachsen kann. Unter welchen Umständen wohnen Sie jetzt? Also, ich wohne jetzt noch in meiner alten Wohnung und habe aber, warte auf eine neue Wohnung. Es ist schwer halt. Ich habe jetzt versucht, ein betreutes Einzelwohnen dann. Und also bis zum Februar habe ich meine Wohnung gekündigt, aber ich habe halt noch nichts gefunden. Glauben Sie, dass Sie irgendwann vielleicht, zumindest halbtags, werden arbeiten können? Also, im Moment bin ich noch arbeitsunfähig geschrien, weil ich halt noch körperlich ganz schön, macht mich das alles noch zu schaffen. Aber ich denke schon, dass ich irgendwann wieder arbeiten gehe. Glauben Sie, dass Sie sofort merken würden, wenn Sie sie jetzt noch mal hintergeht, weil Sie die Tricks durchschauen? Ja, ich glaube ja, aber ich weiß auch, wie raffiniert man sein kann. Merken Sie jeden Tag bei Ihren Klientinnen und Klienten, dass die tricky arbeiten? Ja, ohne geht es nicht, weil ohne würden Sie in der Drogen- oder auch Alkoholikerszene nicht überleben. Und die Rückfrage ist immer, wie können wir die Hilfe so gestalten, dass Sie mitmachen. Wissen Sie, dass die Chance und das Problem bei jeder Hilfe, gerade bei Suchtkranken ist, wir können nichts machen ohne den Patienten, nichts gegen den Patienten und ganz wenig für den Patienten. Es ist letztlich Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die ganze Hilfe, die muss darauf ausgerichtet sein, in diesem Fall jetzt Ihnen zu helfen, dass Sie möglichst gut mit Ihrem Leben wieder klarkommen, möglichst mit dem Ziel, dass Sie es schaffen, mit Ihrer Tochter so klarzukommen, dass auch Ihre Tochter davon nicht Schaden nimmt, sondern profitiert. Und die Frage ist, wie gelingt uns das, welche Hilfen brauchen wir dafür und wie sehr ist es Ihnen zum Beispiel möglich, sich auch so intensiv darauf einzulassen, wie es auch Ihre Tochter braucht. Das ist, dafür gibt es keine, sage ich mal, keine Schwarz-Weiß-Lösung. Das ist auch immer mit Rückfällen oder mit Rückschlägen verbunden. Denn Sucht ist eine sehr schwere chronische Erkrankung, die sich auf alle Lebensbereiche auswählt. Und so muss die Hilfe auch angelegt sein. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie das schaffen, in Ihrem Interesse und auch im Interesse von Ihrer Tochter. Und danken Ihnen, dass Sie doch zugelassen haben, dass wir so nahe an Sie rankommen durften und das ganze Elend tatsächlich auch gesehen haben, was Sie da umfängt. Vielen Dank und alles Gute. Jetzt stehen Mandy bevor. Sie führt ein Videotagebuch. Ich habe gestern Abend so eine Bauchkrempe gehabt. Erst war ich aggressiv, dann habe ich total auf einmal angefangen mit Heulen. Dann hatte ich voll die Abbruchgedanken, weil ich hätte einfach losgehen können. Und mir einfach meine Birne zugicken können. Tag 15. Der schrecklichste Tag während des Entzugs. Es ist Mandys 32. Geburtstag. Noch nicht einmal Diana darf sie besuchen. Ihre Tochter lebt für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie und fühlt sich dort, wie Mandy gehört hat, pudelwohl. Ich habe sie auch nur betrunken mitgekriegt. Mir macht das richtig Angst, dass sie sagt, sie will nicht mehr zu mir. Mandy lebt nun seit mehr als zwei Wochen ohne Alkohol und seit 24 Stunden auch ohne den Heroinersatz Methadon. Der doppelte Entzug hat heftige Auswirkungen. Mandy schläft kaum, ihr Kreislauf spielt verrückt. Die letzten drei Tage waren für mich total qualvoll. So heftig, dass ich kurz davor war, abzubrechen. Und ich hatte so Schmerzen in die Beine, in die Arme und so eine Krämpfe und Krippeln, dass ich das fast nicht mehr aushalten konnte. Doch Mandy hält durch. Nach 21 Tagen wird sie entlassen. Ich habe es geschafft. Und darauf sind Sie stolz. Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich auch, jetzt kann ich meinen Kopf auch höher heben, brauche mich nicht mehr zu schämen. Draußen wartet der Grund für ihr Durchhaltevermögen. Diana trifft auf eine stolze Mama. Und auf eine, die nicht mehr nach Alkohol stinkt. Die nächste Station auf dem Weg in ein neues Leben. Das Mutter-Kind-Therapie-Zentrum Tannenhof im Süden Berlins. Hier soll Mandy lernen, auf Dauer ohne Alkohol auszukommen und Diana eine gute Mutter zu sein. Was willst du dich schaffen? Mein Bauchgefühl, kann ich jetzt sagen, sagt ja. Ich weiß aber, dass es noch viele Hürden gibt. Heike Zschoppe, die Familientherapeutin, weist Mandy in die strengen Regeln hier ein. Pflichtbesuche beim Therapeuten, ein fester Tagesablauf. Das Gelände darf sie nur stundenweise und in Begleitung verlassen. Die ersten zwei Wochen ist ihr sogar jeder Kontakt nach außen verboten. So Mandy, jetzt kommt sozusagen noch der Akt, dass Sie mir Ihr Handy übergeben. Ja, das fällt mir schwer. Super. Es ist ja die landläufige Wahrnehmung, dass man sagt, die sind aber nicht stark. Ich sehe das eher andersherum und möchte da einfach mal zu bedenken geben, dass das eigentlich nur ein Ausdruck für die Macht der Abhängigkeit ist. Welche Gewalttätigkeit ein Suchtmittel hat, zu was es in der Lage ist, Menschen zu treiben. Die entscheidenden Wochen ihres Lebens stehen Mandy bevor. Sie führt ein Videotagebuch. Ich habe gestern Abend so eine Bauchkrempe gehabt. Erst war ich aggressiv, dann habe ich total auf einmal angefangen mit Heulen. Dann hatte ich voll die Abbruchgedanken, weil ich hätte einfach losgehen können und mir einfach meine Birne zugicken können. Tag 15, der schrecklichste Tag während des Entzugs. Es ist Mandys 32. Geburtstag. Noch nicht einmal Diana darf sie besuchen. Ihre Tochter lebt für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie und fühlt sich dort, wie Mandy gehört hat, pudelwohl. Ich habe sie auch nur betrunken mitgekriegt. Mir macht das richtig Angst, dass sie sagt, sie will nicht mehr zu mir. Mandy lebt nun seit mehr als zwei Wochen ohne Alkohol und seit 24 Stunden auch ohne den Heroinersatz Methadon. Der doppelte Entzug hat heftige Auswirkungen. Mandy schläft kaum, ihr Kreislauf spielt verrückt. Die letzten drei Tage waren für mich total qualvoll. So heftig, dass ich kurz davor war, abzubrechen. Und ich hatte so Schmerzen in die Beine, in die Arme und so eine Krämpfe und Krippeln, dass ich das fast nicht mehr aushalten konnte. Doch Mandy hält durch. Nach 21 Tagen wird sie entlassen. Ich habe es geschafft. Und darauf sind sie stolz. Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich auch, jetzt kann ich meinen Kopf auch höher heben, brauche mich nicht mehr zu schämen. Draußen wartet der Grund für ihr Durchhaltevermögen. Diana trifft auf eine stolze Mama und auf eine, die nicht mehr nach Alkohol stinkt. Die nächste Station auf dem Weg in ein neues Leben. Das Mutter-Kind-Therapie-Zentrum Tannenhof im Süden Berlins. Hier soll Mandy lernen, auf Dauer ohne Alkohol auszukommen und Diana eine gute Mutter zu sein. Was wird sie schaffen? Mein Bauchgefühl, kann ich jetzt sagen, sagt ja. Ich weiß aber, dass es noch viele Hürden gibt. Heike Czoppe, die Familientherapeutin, weist Mandy in die strengen Regeln hier ein. Pflichtbesuche beim Therapeuten, ein fester Tagesablauf. Das Gelände darf sie nur stundenweise und in Begleitung verlassen. Die ersten zwei Wochen ist ihr sogar jeder Kontakt nach außen verboten. So Mandy, jetzt kommt sozusagen noch der Akt, dass Sie mir Ihr Handy übergeben. Ja, fällt mir schwer. Super. Im Moment ist es alles so viel für mich, als ob ich, ich habe das Gefühl, dass das so viel ist, dass ich das gar nicht schaffe alles. Und 19 Wochen nicht draußen sein, alleine, wird auch schwer sein. Ein halbes Jahr später. Mandy ist kaum wiederzuerkennen. Sie hat sich an geregelte Tagesabläufe gewöhnt und arbeitet regelmäßig im Kinderhaus der Einrichtung. Noch erstaunlicher die Wandlung, die Diana durchgemacht hat. Weil Mandy sich nun um sie kümmert, ist aus dem oft aggressiven Kind mit Lerndefiziten ein wissbegieriges, waches Mädchen geworden. Obst. Ofen. Du kannst das ja besser wie ich. Gut. Und auch ihre verschlossene Art hat die Siebenjährige abgelegt. Sie fühlt sich wohl unter den anderen Kindern. Sie hat sich gut entwickelt, sowohl in ihrer sprachlichen Entwicklung hat sie große Fortschritte gemacht, als auch in ihrem Selbstbewusstsein. Und die schulische Leistungen jetzt? Die haben sich verbessert und die Lehrerin hat uns zurückgemeldet, dass die Anna an vielen Stellen sogar unterfordert ist. Vor zwei Wochen dann der Auszug aus dem Tannenhof. Mandy gilt als therapiert. So sehr sich die beiden darauf freuen, in den Alltag entlassen zu werden, Mandy weiß, der ganz große Kampf steht ihr noch bevor. Jetzt fängt es eigentlich erst mal richtig an, die Realität draußen. Dort wird man überall mit Alkohol konfrontiert und jetzt ist eigentlich das Kämpfen noch größer wie hier. Ich habe totale Zukunftsängste, aber ich bin schon mal froh, dass ich das hier geschafft habe. Und so gönnt die 32-Jährige sich und Diana erst einmal ein paar unbeschwerte Stunden auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz. Um Energie zu tanken für das neue, aufregende, aber gefährliche Leben, das nun auf sie zukommt. Wie aufregend und gefährlich ist denn das Leben im Moment für Sie? Also ich kämpfe jeden Tag aufs Neue und sage mir immer, also ich schaue noch nicht so weit voraus. Halt, ich sage mir jeden Tag nur für heute kein... Komm, Mandy, es geht nicht an, es gibt keins zurück. Oberarzt Thomas Reuter macht die neue Patientin vertraut mit der strikten Hausordnung auf der Entzugsstation. Sollte sie nur einen einzigen Tropfen Alkohol trinken, muss sie sofort ihre Koffer packen. Ich bin kaputt jetzt. Ja, klar, das ist jetzt viel Anspannung gewesen. Was den Erfolg des Entzugs angeht, nimmt der Arzt der 31-Jährigen jede Illusion. Es wäre ein kleines Wunder, wenn Mandy es schaffen würde. Denn durchschnittlich gelingt es einem Alkoholiker, erst nach dem siebten Entzug trocken zu bleiben. Das ist ja die landläufige Wahrnehmung, dass man sagt, die sind aber nicht stark. Ich sehe das eher andersherum und möchte da einfach mal zu Bedenken geben, dass das eigentlich nur ein Ausdruck für die Macht der Abhängigkeit ist. Welche Gewalttätigkeit ein Suchtmittel hat, zu was es in der Lage ist, Menschen zu treiben. Die entscheidenden Wochen ihres Lebens stehen Mandy bevor. Sie führt ein Videotagebuch. Ich habe gestern Abend so eine Bauchkrempe gehabt. Erst war ich aggressiv, dann habe ich total auf einmal angefangen mit Heulen. Dann hatte ich voll die Abbruchgedanken, weil ich hätte einfach losgehen können, mir einfach meine Birne zugicken können. Tag 15. Der schrecklichste Tag während des Entzugs. Es ist Mandys 32. Geburtstag. Noch nicht einmal Diana darf sie besuchen. Ihre Tochter lebt für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie und fühlt sich dort, wie Mandy gehört hat, pudelwohl. Ich habe sie auch nur betrunken mitgekriegt. Mir macht das richtig Angst, dass sie sagt, sie will nicht mehr zu mir. Mandy lebt nun seit mehr als zwei Wochen ohne Alkohol und seit 24 Stunden auch ohne den Heroinersatz Methadon. Der doppelte Entzug hat heftige Auswirkungen. Mandy schläft kaum, ihr Kreislauf spielt verrückt. Die letzten drei Tage waren für mich total qualvoll. So heftig, dass ich kurz davor war, abzubrechen. Und ich hatte so Schmerzen in die Beine, in die Arme und so eine Krämpfe und Krippeln, dass ich das fast nicht mehr aushalten konnte. Doch Mandy hält durch. Nach 21 Tagen wird sie entlassen. Ich habe es geschafft. Und darauf sind sie stolz. Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich auch, jetzt kann ich meinen Kopf auch höher heben, brauche mich nicht mehr zu schämen. Draußen wartet der Grund für ihr Durchhaltevermögen. Einfach meine Birne zugicken können. Tag 15. Der schrecklichste Tag während des Entzugs. Es ist Mandys 32. Geburtstag. Noch nicht einmal Diana darf sie besuchen. Ihre Tochter lebt für die drei Wochen bei einer Pflegefamilie und fühlt sich dort, wie Mandy gehört hat, pudelwohl. Ich habe sie auch nur betrunken mitgekriegt. Mir macht das richtig Angst, dass sie sagt, sie will nicht mehr zu mir. Mandy lebt nun seit mehr als zwei Wochen ohne Alkohol und seit 24 Stunden auch ohne den Heroinersatz Methadon. Der doppelte Entzug hat heftige Auswirkungen. Mandy schläft kaum, ihr Kreislauf spielt verrückt. Die letzten drei Tage waren für mich total qualvoll. So heftig, dass ich kurz davor war, abzubrechen. Und ich hatte so Schmerzen in die Beine, in die Arme und so eine Krämpfe und Krippeln, dass ich das fast nicht mehr aushalten konnte. Doch Mandy hält durch. Nach 21 Tagen wird sie entlassen. Ich habe es geschafft. Und darauf sind Sie stolz. Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich auch, jetzt kann ich meinen Kopf auch höher heben, brauche mich nicht mehr zu schämen. Draußen wartet der Grund für ihr Durchhaltevermögen. Diana trifft auf eine stolze Mama. Und auf eine, die nicht mehr nach Alkohol stinkt. Die nächste Station auf dem Weg in ein neues Leben. Das Mutter-Kind-Therapie-Zentrum Tannenhof im Süden Berlins. Hier soll Mandy lernen, auf Dauer ohne Alkohol auszukommen und Diana eine gute Mutter zu sein. Was willst du schaffen? Mein Bauchgefühl, kann ich jetzt sagen, sagt ja. Ich weiß aber, dass es noch viele Hürden gibt. Heike Zschoppe, die Familientherapeutin, weist Mandy in die strengen Regeln hier ein. Pflichtbesuche beim Therapeuten, ein fester Tagesablauf. Das Gelände darf sie nur stundenweise und in Begleitung verlassen. Die ersten zwei Wochen ist ihr sogar jeder Kontakt nach außen verboten. So Mandy, jetzt kommt sozusagen noch der Akt, dass sie mir ihr Handy übergeben. Ja, fällt mir schwer. Super. Im Moment ist es alles so viel für mich, als ob ich, ich habe das Gefühl, dass das so viel ist, dass ich das gar nicht schaffe alles. Und 19 Wochen nicht draußen sein, alleine, wird auch schwer sein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020